Hey und willkommen zu einer weiteren Runde Super Mario Maker 2, heute zusammen mit dem Zombay. Bewertet im Part und viel Spaß! Oh, ja, ja, oh, nein, wir haben nichts, oh, ja gut, mach's ruhig, mach's, 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 du schaffst das! Oh no! Ja, du gehst jetzt weiter, ich hab den Weg geöffnet. Danke. Wow, wow, alter! Ey, du bist, warte da bitte, warte, bitte, bitte, nein, 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 der stirbt doch, der stirbt, der ist so kacke. Hilfe, ich lebe, ich wollte da hoch. Oh, hä? Wie machen sie das? Mit dem Weiten, was ich bekommen hab. Hallo! Was ist das Ziel? Und da ist ne Tür und... Ey, das ist ja... Nein, nein, da ist die! Uh! Bitte, ich war da, ich war da. Luigi, hallo! Hallo, ich komm gleich. Äh, äh, Zombie! Ja, was gibt's? Ja, du warst das. Was? Ja, genau. Ey, du wolltest jetzt, komm mit, wir machen das... Ey, ich wollte das Level zusammen machen! Wo bist du? Warte, war versteckt. Oh. Das war aber ein schönes Versteck. Blub, blub, blub. Ja, äh! Hä? Äh? Ach so. Nein, nein, die bringen mich um! Äh, ich komme. Lester, Lester. Ja, ja, noch, noch. Da, oh, huh! Lester. Trotte. Du spawnst nicht bei mir, das wäre unfair. Hehehe, ich bin unfair. Ja. Wow! Nein! Mamma mia! Ich spawn nicht bei dir. Pfff. Lel. Ha, ha! Oh. Loll. Ha, ha. Ich kann nicht stampfen. Oh, Mann. Hä? Sag mal. Oh, oh. Oh. Wie? Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Nein! Es hat geklappt. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ich habe mir die Kontrolle verloren. Alter. Oh. Ganz gerne mal. Oh, oh. Ha, ha, ha. 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 Mach ich den Fehler nochmal. Oh, kann ich nicht mal normal spielen, ey, anstatt so hektisch rumzulatschen. Hat doch alles seine Zeit. Woo. Oh Gott. Wo bist du? Zombie? Nein, warte doch. Mario. Oh, ja. Der geht einfach rein. Ich bin sogar noch stehen geblieben. Luigi will nicht hingucken. Ja. Luigi, alles in Ordnung? Nein. Hast du einen Schlaganfall? Warum guckst du nicht mehr? Hallo? Bruder. Ich bin eine Statue, aber an sich echt ein netter Level bisher. Ha, ha, ha. Einen Maul. Warum denn nicht? Ja, weil wir immer so kacken Leveler haben. Easy Jumps 2. Deutsches Level. Weißt du was? Der hat einen Swamp als Anzug. Wie cool war der denn? Weißt du was cool wäre? Wenn wir mal die Möglichkeit hätten. Warte ich nämlich mit? Die Möglichkeit. Oh Gott, der bewegt sich. Lauf! Oh no. Ach man. Was wollte ich sagen? Das hat mich komplett aus dem Konzept. gebraucht. Ach so. Die sind gar nicht easy. So ein Level zu bekommen, wo man tausende Shelljumps machen muss. Ja, ein Schwer gibt es bestimmt irgendwann mal eins. Ja. Ist eigentlich auch so mein englischer Traum. Echt? Man muss dann Dreifachsprung machen. Ja. Du darfst gar nicht anbremsen. Loll. Muss man da nicht. Muss man doch. Ich sehe den Zielplopp. Aua. Ja. Nein. Ah. Nein. Oh Mann. Als ob diese Platte haben genauso gespawnt, dass ich gestorben bin. Ja, okay. Nötig. Gut gemacht, Bruder. Coop. Ist das traurig. Oh, Windows. Oh, der ist ja glücklich. Ja klar, der hat viel Geld. Ja, der Windows, der Windows erfunden hat. Der kennt ihn nicht. Nein, aktivier's. Was? Die töten einen, wenn man die nicht wegnimmt. Als ob. Nein. Loll. Ich hab grad mein Ende. Mein Ende gesehen. Hallo jetzt. Kannst du mal aufhören? Tschüss. Grütti. Hallo. Hä? Oh. Mama Mia. Hä? Was soll ich tun? Ich muss aber warten. Ah. Als Opie. Oh nein. Das wird böse Händen. Hä? Hä? Worauf willst du? Achso, da. Ja. Ja, normalerweise kamen da aber jetzt immer solche Do-Nuts. Äh. Die wir haben. Äh. Hallo, ich komme. Ja. Amnon. Schnell. Lauf. Ich bin auch drauf. Warum waren wir da drauf? Wolke. Oh. 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 Ah. 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 Alter. Hä? Kannst du mal... Hä? 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 Achso, stapeln. Genau. Warte. 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 Geh auf. Er ist da. Hallo, wo ist es? Ich hab's. Warum ist da eine Tür? Keine Ahnung. Ich ignoriere alles, solange ich ins Ziel komme. Äh. 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 Jetzt sind wir beide da oben. Nein. 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 Achso. Hat er extra gestorben. Ja. Der war so ein hüpfender Galumba. WTF? Und. Uh. Ah. Spin Jump. Mach ich nicht. Sinn jein. Ey. Nein. Mach doch nicht alles weg. Ach man. Hä? Was soll das denn? Da ist auch was. Nein. Oh. Ich hab was hochgemacht. Da kommt was rechts. Echt? Ich bin schon oben. Hab gecheatet. Ja. Okay. Unter mich. Genau. Hä? Ah. Geh du hin. Ey. Ey. Willst du auf den Links gucken? Mario. Ne. Ne. Passt nicht. Ne. Oh. Oh. Ist ne Mütze. Ja. Da oben ist ein. Äh. Ähm. Raum. Ha. No. Ha. Mario. Luigi. Mach. Mach's der. Mach's der. Mach's der. Mach's der. Bitte. Ah. Hä? Nein. Pilz. Wo? Wo? Ich komm. Hä? Da war doch kein Problem. Da oben war einer. Ich hab so ein Blob. Blob. Ich hab keinen. Ich geh wieder. Hier rein. Hallo? Hä? Hallo? Ich will hoch. Ah. Danke. Oh Gott. Was bringt mir dies? Ja und jetzt? Was bringt mir dies? Achso. Ich hab Schlüssel. Ja ich auch. Ja ich auch. Hab ihn. Ah du hast zwei Schlüssel. Das war zum Aufmachen. Warum machst du denn zu? Keine Ahnung. Mach mal wieder auf. Wow. Willkommen wie ich gestorben bin. Damals hab ich nicht gerechnet. Warte. Ah. Ich fahr doch nicht. Junge. Kannst du dich doch eh jederzeit zu mir holen. Teleportieren. Ich hatte Angst dass du stirbst. Nein. Ach. Da rechts ist das. Was ist da? Auf die Wolke. Jetzt haben wir nicht das ein Secret. Beruhigen. Was ist denn da? 30 Münzen. Wir haben Leben. Ah. Warum bist du wieder hier? Hallo? Ja ich wollte zu dir. War Absicht. Ah. Ja. Der Forscherdrang hat zugeschlagen. Ja da ist das Ziel. Siehste? Oh nein. Oh stimmt. LOL. Bitte schön. Was? Als ob der dich gekillt hätte. Ja ich bin abgebremst wegen dem Block und dachte so. Oh Block. Und dann war da die Axt. Und dann wollte ich ihn dann nach rechts. Aber dann hab ich ihn in den Gumba gelenkt. Mein Gehirn ist scheinbar zu langsam. Oh nein. Hallo? Nein was machen wir? Hallo? Ah. Ich weiß nicht was wir machen. Was denn? Töten, töten, töten. Nein. Warte. Mal Stampfattacken. Nein. Warte. Hör mal auf. Hör mal auf. Dahin will ich. Ja hol dir Leben. Tschüss. Voll geil sind da her. Ach man. So. Einmal hier rein. Und dann. Das ist. Ah man kann sich drehen nachher. Das wusste ich. Hey. Und was? Ich hab's durch geschafft. Aber ich bin in die Gumbas reingepft. Ah. Da ist Panik. Da ist doch. Hallo? Key? Ja. Die Gumbas getötet. Ja. Warum? Haben wir gewonnen? Nee. Nee. Ja. Oh Gott. Nein. Oh cool. Ja. Ich muss zu dir. Bitte. Ich hab' ich auch noch auf deinen Kopf. Oh. Äh. Äh. Ja. Geil. Kipp mich. Ja geil. Alter. Ich fühl mich echt gemobbt. Nein. Nein. Äh. Oh. Mario. Hä? Wie lang geht das noch? Ähm. Was? Wo ist der Schlüssel? Nein. Mario. Nein. Hast du einen gesehen? Nein. Kann das sein, dass du einfach alle Gumbas rechts töten musst? Dass der unterste das droppt? Wenn ja. Richtig beschissenes Level. Oh Gott. Ich seh so bächtig. Nein. Ja ist er doch. Hä? Was? Ich hab' ich mitgenommen. Wir beide nicht. Nee. Du hast dich ja geportet. Als ob. Ja. Und denn? Richtig Sekunden noch. Lass dir Zeit. Lauf langsamer. Ich hab's geschafft. Ey. Du hast einfach den Schlüssel liegen lassen. Alter. Warum macht man denn da überhaupt sowas hin? Für die schnellen Manuels. Mhm. Ja. 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 Hüpf drauf. Zehn mal. Ja. Oh. Noch einer. Oh. Mein Ping ist dies rund. Ach Mann. Nimm's ruhig. Ist okay. Nein. Nein. Oh. Äh. Hä? Kann man da rein? Nee. Oh Gott. Hilfe. Ich hab so Angst. Ja. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Äh. Geh Mario. Nein. Mama Mia. Äh. Mario. Schnell. Ja. Ey. Ey. Ein Meter vom Zielsterben ist so dreckig. Aber was ist das? Oh. Das sieht nach einem Level von mir aus. Ja. Irgendwie schon. Wow. Ein überspringen, weil ich cool bin. Ja. Huh. Darf man da raus? Man darf da gar nicht drauf spinnen, oder? Hier in dem Mario. Ah. Bin's heraus? Nein. Aber was mach ich dann? Oh oh. Hä? Ah doch. Es geht. Ach. Wenn man. Okay. 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 Bist du. Was machst du da? Ja. Dann. Über Kanonen. Ja. Genauso. Danke. Bin tot. Bin tot. Jaja. Oh. Ich bin gestorben. Ja. Nein. Ja. Oh. War das souverän. Schön. Komm schieß. Genau. Ja. Schieß nochmal. Nein. Wow. Wow. Na. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber war schon stylisch. Ja. Ach nee. Du schaffst es. Oh. No. Ja. Ach Mann. Bin ich los. Kommste. Wo bist du? Hi. Nein. Hä? Ach so. Bring mich hoch. Ja. Nein. Nein. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Rette mich. Was hast du getan? Rette mich? Der Block hat mich runtergedrückt, weil ich zu groß war. Jetzt. Petter hoch. Ach so. Ja. Dann lass mich los. Ah. Bist du oben? Ja. Ich bin über dir. Hallo. Geh nach rechts. Bitte. Oh Gott. Geh doch einfach. Ach Mann ey. Hä? Oh oh. Ich bin einfach. Nein. Du bist runtergefallen. Ja. Die Platte war so gekippt, dass ich einfach durchgefallen bin. Bring. Wir müssen uns beeilen. Wie nimmt man jemanden? Ich check's nicht. Und dann kommt so ein knapper Sprung. Ja. Ich weiß auch warum. Wir müssen eben einen Zweier, Dreier Sprung machen. Keine Ahnung. Oh. Hä? Ah. Danke. Oh oh. Mario. Ich komme gleich. Wir können es ja zusammen kippen. Ja. Dann ist es ja nach oben gekippt, wenn ich da bin. Hallo. Wo bist du? Nein. Wir haben doch 20 Sekunden. Warum hast du dich denn gerade umgebracht? Da dachte ich hätte auch einen frei. Okay. Teamwork mal. Warum hast du? Probier mal den Dreifachseite. Sag er. Ich sterbe dabei. Warum hast du dich gekippt? Nein. Du sollst ihn ja. Nein. Du hast ihn ja komplett falsch probiert. Du hast ihn ja probiert, ohne das Teil zu kippen. Ja. Dass das nicht geht, ist ja klar. Wie soll ich das denn noch dabei kippen? Ja, vorher. Okay, kipp. Lauf, 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 lauf. Ey, das war Millimeter. Als ob. Als ob. Du. Oh, was ist das denn für Level? Oh, jetzt konnte ich nicht schreiben. Das ist wie ein Magenlöffel. Ja, stimmt. Wo bist du? Ach da. Ey. Oh nein. Oh Gott. Schaffst du? Okay, warte. Was war das? Das hat mich so gebremst. Nein. Was machst du? Einfach rüber. Ach so. Hä? Oh, du bist tot. Und gewinn! Was? Du hast gelebt? Ja. Echt? Du wärst down. Bin einfach gesprungen. Ach man. Du musst aber nur 1000 Mal spinnen und dann guck mal rüber.